Liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem kleinen, wichtigen Ankündigungsvideo auf meinem Channel. Und zwar wird es jetzt gleich, falls ihr Bock habt, noch ein cooles Event geben auf diesem Server. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere noch dabei ist, damit wir auch richtig krasse Action haben. IP ist in der Videobeschreibung, also wer von euch Bock hat, gerne dabei sein. Es geht, ja, wahrscheinlich ein ziemliches Gemetzel sogar ab. Wir werden zwei Gruppen haben. Eine Gruppe, die wird attackieren, die andere wird verteidigen. Und zwar muss man, was war das, was muss man zum anderen Ort bringen oder was muss man transportieren? Also es gibt ein Tempest-Gerät, den muss man nach Sofia bringen. Genau. Und da gibt es halt ein Team, das muss das beschützen und ein Team, das muss halt attackieren. Epische Fahrzeuge, auf jeden Fall geile Sachen und vielleicht das ein oder andere Roleplay, je nachdem, vielleicht am Ende noch oder so. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Ich werde das Ganze aufnehmen, das heißt, ihr werdet auch die Möglichkeit haben, irgendwie in der Aufnahme zu sehen zu sein. Also, falls ihr Bock habt, schaltet auf jeden Fall ein. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich. Es wird so um 20.30 Uhr, 20.45 Uhr losgehen. Also beeilt euch, wenn ihr das Video seht, direkt, zack, ältest live anschmeißen und auf den Zwerber begeben. Und dann könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr Glück habt, einen coolen Preis einsacken. Und zwar werden einige Spiele-Keys für Steam vergeben, für die Gewinner dieser ganzen Aktion. So. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Schaut unten in der Videobeschreibung, da ist die IP und die TS-IP auch. Kommt auf jeden Fall vorbei und dann sehen wir uns gleich hoffentlich. Bis dahin, euer Mentor. Ciao. Ciao.